Juditisch könnten wir die Lagerhalle machen, aber das schaffen wir zeitlich nicht, Leute Nee, nee, wir müssen nicht Hä?! Wimsichwiss!! Oh, ich darf jetzt nicht fahren. Wenn ich jetzt fahr, dann stirbt einer von euch, weil da kommt der nämlich unter die Schiffltrywagen Okay, ganz los Ah.. Okay, das war's mit Botfahrt Haha Alter, jetzt hab ich ges gelernt und alles in die Nase kann man es reinschieben? Kann man es reinschieben? Weiß ich nicht. Aber weißt du, wir konnten hier gerade nicht drehen. Ich wollte euch abholen. Egal, wir müssen uns da oben eine Karre suchen. Es läuft. Gibt es doch nicht. Gibt mal Gas und der fährt in den Baum. Einen Stein. Noch eine Minute. Der Bootfahrer hier.